Ahoi, ihr Leichtmatrosen! Willkommen zu einem neuen Video von ReisenbergTravel. Nachdem wir im ersten Teil unseres Vlogs die Shetland-Inseln im Regen genießen durften, sind wir jetzt auf dem Weg nach Norden in Richtung Island. Heute haben wir einen Seetag und der Nordatlantik begrüßt uns mit viel Wind und Wellen. Der Seegang ist ganz ordentlich, aber noch nicht wirklich unangenehm. Den Vormittag verbringen wir im Atrium des Schiffes. Das befindet sich so ziemlich in der Mitte der Preziosa und beginnt auf Deck 5. Hier ist der Wellengang so gut wie nicht zu spüren. Solltet ihr mal in stürmische See geraten, so ist dieser Platz am besten geeignet, um einen leicht rebellierenden Magen wieder etwas zu beruhigen. Man befindet sich hier auf dem Drehpunkt des Schiffes und nimmt die Auf- und Abbewegungen durch die Wellen so gut wie nicht mehr wahr. Drehpunkt des Schiffes Ja, meine Lieben, ich bin jetzt hier im One-Pool-Bereich. Das ist der Exklusiv-Bereich für die Yacht-Club-Mieter, hätte ich fast gesagt. Und ihr könnt ungefähr sehen, die Sonne scheint zwar, aber hier herrscht richtig Sturm. Ja, ich weiß gar nicht, ob man mich verstehen kann. Ich habe extra meinen Windpüschel auf dem Mikro. Naja, wir machen jetzt hier einmal eine Runde und dann gucke ich mal, ob ich weggeweht werde oder nicht. Also heute ist es wirklich sehr, sehr, sehr stürmisch. So, ich sehe schon, da hinten sitzen doch tatsächlich auch Leute im Whirlpool. Da gehen wir dann natürlich nicht hin. Damit habe ich jetzt hier gar nicht gerechnet bei dem Wetter. Aber die ganz Harten geben ja nicht auf. So, ja, das ist hier praktisch der Bereich, wo normalerweise auch die Liegen stehen. Und ihr seht ja, es ist alles gut verteuert, alles zusammengeschnürt. Ich meine, durch die Scheiben hier ist es hier jetzt natürlich nicht so windig. Aber heute ist schon wirklich ordentlich Sturm. Ich weiß nicht, wie viele Windstärken wir haben, aber es ist natürlich reichlich. So, ich habe auch Probleme hier geradeaus zu laufen. Das Schiff geht doch sehr hin und her. Und, ja, nicht viel los. Da hinten ist die Bar. Da werde ich jetzt gleich mal vorbeigehen. Da stehen auch tatsächlich ein paar Leute dran. Wir können ja hier einmal eben rumgehen in dem Bereich. So, seht ihr, da hinten ist die Bar. Die Leute sind alle gut angezogen, dick angezogen. Das ist ja wunderbar. So, dann gucken wir mal. Da ist niemand drin. Da können wir kurz reinfilmen. Da sieht man dann auch, wie das Wasser hier tobt. Das ist ein kleiner Pool. Der ist abgedeckt mit Netz. Da ist heute kein Schwimmen. Und man sieht es auch, wie das Wasser hin und her dödelt. Hier ist der Boden nass. Es hat auch wirklich geregnet gestern sehr viel. Da hinten ist noch ein zweiter Pool. Und im dritten sitzen Leute. Die filmen wir natürlich nicht. So, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, liebe Leute. An dieser Stelle hat mein tapferes Mikrofon dann entschieden, einfach aufzugeben. Der Wind war dann doch zu viel für einen vernünftigen Tonempfang. Und ich versuche jetzt hier aus unserem Heimathafen einfach weiter zu kommentieren. Ich glaube, beim nächsten Mal brauche ich einfach ein windstärkeres Mikrofon. Ich gehe jetzt vorbei an der Bar. Hier stehen ja auch ein paar tapfere Gäste, die ich jetzt natürlich nicht filmen möchte. Und neben der Bar befindet sich ein ganz kleines Buffet. Und hier gibt es den ganzen Tag über leckere Kleinigkeiten. Und auch am Morgen kann man hier ein kleines, eingeschränktes Frühstück zu sich nehmen. Was aber super gut ist. Wenn man an der Bar vorbeigeht, kann man den Yachtclub verlassen. Man hat hier den Blick in Richtung Heck. Direkt unter uns liegt die große Schwimmhalle, deren Dach man in wärmeren Gefilden öffnen kann. So, dass man noch einen großen, ja freien Poolbereich hat. Da hinten, genau gegenüber, das ist die Galaxy Lounge & Bar. Dort werden wir am 9. Tag der Reise abends das zweite Menü unseres Duo Packages, nämlich das Sushi-Menü zu uns nehmen. Wir sind schon sehr gespannt darauf. Hier wollte ich eigentlich den Yachtclub-Bereich verlassen, aber die Tür lässt sich auf Knopfdruck nicht öffnen. Ich nehme mal ganz stark an, da steckt Absicht dahinter. Denn der Wind hier auf der Steuerbordseite ist echt brutal. Also geht es zurück in Richtung Bug auf die Backbordseite des Schiffes. Und dort versuche ich dann mein Glück und verlasse dann den Yachtclub-Bereich. So, jetzt wieder an der Bar vorbei. Da habe ich die Kamera kurz ausgemacht. Wir wollen ja die Leute nicht so stören. Und ja, mal schauen, kommen wir da irgendwo vorbei. Ich kann ja mal einmal versuchen, durch die Fenster nach vorne rauszufilmen. Dass man mal sehen kann, wie das Meer hier tobt. Komme ich jetzt gar nicht vorbei? Natürlich nicht. Gut, dann gehen wir da hin. Da habe ich eine Lücke gesehen. Da kann man einmal kurz durchfilmen. Ja, ich muss meine Kamera also wirklich festhalten. Ja, schön. Ja, wie ihr seht, ich habe ja auch schon eine Münze aufgesetzt. Denn es wird doch sehr kalt an den Ohren hier. Und ja, also Wahnsinn. Gestern hatten wir ja noch strömenden Regen auf den Shetland-Inseln. Das wurde ja gestern Abend ein bisschen besser, so vom Licht her. Wir hatten ja auch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und ja, heute auf dem Seetag merkt man, wir sind im Nordatlantik unterwegs. Und der zeigt sich auch gleich von seiner heftigen Seite hier. Aber das gehört ja auch mal dazu. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier wieder rauskommen. Door opening. Jawohl, man lässt uns raus. Ist die andere Seite wohl blockiert, weil die andere Seite ist erheblich windiger als diese hier. Und dann gehen wir jetzt mal einen Deck tiefer. Watch your step. Steht auf den Treppen. Man möchte ja nicht sich auch noch die Knochen brechen. So, dann gehen wir einmal noch da vorne. Können auch von dieser Seite nochmal auf den Poolbereich schauen. Jetzt sind wir ja wieder aus dem Yachtclub raus. Das heißt, dieser Bereich ist auch für jeden zugänglich. So, von hier hat man natürlich auch einen schönen Blick über den Pool. Ihr seht vielleicht da hinten, der Swimmingpool ist mit Wasser voll. Aber er geht ordentlich hin und her. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, ein bisschen kann man es wohl sehen. Ja, ansonsten ist das hier natürlich sehr schön gemacht. Ein schönes Areal. Und wieder gibt es totale Mikrofonaussetzer, die ich euch hier nicht zumuten will. Also spreche ich aus dem Off weiter. Ja, eigentlich ist das Wetter heute ja ziemlich schön. Und auch eine stürmische Seefahrt ist mal sehr interessant. Und solange man sich am Deck aufhalten kann, ist doch eigentlich alles super. Ich muss nur aufpassen, dass mir die Mütze nicht davonfliegt oder ich mal eben kurz übers Pooldeck geweht werde. So, jetzt bin ich hier wieder am Eingang. Ich weiß nicht, ob man den Wind pfeifen hört. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Tür aufkriege. Oh, die wird mir hier aus der Hand gerissen. So, dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Das ist ja der Wahnsinn draußen. So, jetzt sind wir wieder vorm Yachtclub. Und da brauchen wir dann unsere Karte wieder, damit wir da überhaupt Zugang haben. Die packen wir da rein. Und die Tür geht auf. So, jetzt sind wir wieder drin. Hier ist es erheblich windstiller. So, jetzt stelle ich gerade fest, ich bin auf der falschen Seite reingegangen. Wir haben natürlich die ungeraden Namen. Morning! Und da gehen wir dann jetzt einmal rüber auf die andere Seite. Ich weiß gar nicht, ob wir hier durchkommen. Ich glaube nicht, nein, wir müssen wieder raus. Hier gibt es keinen Zugang. So, das ist der Concierge-Bereich. Der ist natürlich der Sammelpunkt. Ich muss mal eben überlegen, ich muss doch hier rüber kommen können. Das funktioniert auch. Good morning! So, jetzt sind wir richtig. Und da ist auch schon unsere Kabine. Und dann werden wir mal schauen, ob wir reinkommen. Good morning! So, das nehmen wir raus. Und wir öffnen die Tür, wenn sie dann aufgeht. Sie klemmt, das tut sie ab und zu. So, jetzt ist gut. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ich bin wieder auf unserem Balkon angekommen. Bin dem Wind da oben ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ja, und ich habe noch ein paar kleine Informationen für euch heute. Und zwar gibt es hier... Eui, 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 ich muss festhalten. Gibt es hier so ein Daily Program, nennt sich das. Das ist ein, ja, gedrucktes Exemplar von den Aktivitäten, die heute so an Bord stattfinden. Am Seetag ist ja immer besonders viel los. Und, ja, was lese ich hier? Ich kann euch die Entfernung nennen zwischen Lerwig und Akureri. Das sind 720 nautische Meilen. Ich müsste unten einblenden, wie viele Kilometer das sind, denn das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, was haben wir noch zu erwähnen? Wir hatten heute Nacht wieder zum zweiten Mal eine Zeitumstellung. Und zwar wurde die Uhr wieder zurückgedreht. Zum zweiten Mal, wie gesagt. Das heißt, wir sind jetzt zwei Stunden hinter euch. Es ist jetzt hier bei uns ungefähr Viertel nach zehn. Das heißt, bei euch ist dann schon zwölf Uhr mittags. Und, ja, von daher hängen wir ein bisschen hinterher. Aber die Zeit holen wir natürlich wieder ein, wenn wir die Rückreise antreten. Ja, ich schwenke noch mal ein bisschen aus dem Meer hinaus. Das ist eigentlich wunderschön. Aber man muss sich halt gut festhalten hier. Das Meer ist immer noch sehr aufgepeitscht. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt im Laufe des Tages weniger Wind wird oder ob es so bleibt, ob es so ankommen soll. Ich weiß es nicht. Es ist so, dass wir morgen ja besseres Wetter haben sollen in Alferi auf Island. Und darauf spekulieren wir natürlich, dass es dann ein bisschen Windstelle wird. Und dass wir dann einen schönen Ausflug machen können, auf dem ihr uns natürlich wieder begleiten werdet. So, und jetzt gehe ich wieder rein. Ja, wird es erheblich zu windig hier. So, liebe Leute, wir sitzen jetzt hier noch ein bisschen rum und erholen uns noch ein bisschen von dem heutigen stürmischen Seetag. Es ist gleich 19 Uhr und dann gehen wir in den Batschaskap. Das ist hier das Steghaus an Bord. Und dort werden wir es uns gemütlich machen und lecker essen. Das ist hier das Steghaus an Bord. So, meine Lieben, wir sind zurück aus dem Batschaskap-Steeghaus hier auf der MSC Preziosa. Ja, es war wie erwartet sehr lecker. Es war sehr reichhaltig. Ich hatte als Vorspeise eine geräucherte Tomatensuppe. Meine liebe Frau hatte einen Cäsarsalat. Als Hauptspeise hatten wir beide das Filetsteg. Klee-Steeg, 230 Gramm. Das hat vollkommen ausgereicht. Dazu Beilagen. Susanne hatte Blumenkohl und ich hatte ein paar Pommes dazu. Und zum Abschluss gab es noch einen American Cheesecake für mich. Und ein Eis gemischt mit Sorbet für meine liebe Frau. Ja, das ist wirklich empfehlenswert. Dieses Steghaus ist wirklich von allerfeinster Qualität. Und man kann sich da sehr viel Zeit lassen. Die Kellner sind sehr, sehr nett. Sehr aufmerksam. Also man wird umsorgt. Es hat wirklich einen großen Hauch von Luxus. Ja, als Tipp kann ich euch vielleicht noch mit auf den Weg geben, falls ihr das mal machen solltet. Wir haben ja dieses doppelte Package gebucht, wo zwei Abendessen zu je drei Gängen für einen Preis gebucht werden können. Das kann man vorher online machen. Das haben wir gemacht. Und wir haben das Batschaskat und das Galaxy Restaurant. Wie heißt das? Galaxy Lounge. Dort werden wir am 9. September noch einmal zum Sushi essen gehen. Dieses Paket bestehend aus diesen beiden Restaurantbesuchen kostet 58 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke mal rüber zur Chefin. Ja, 59. 59 Euro. Ich habe wieder einen Euro unterschlagen. Und wenn man mal bedenkt, dass man da wirklich zwei wirklich top perfekte drei Gänge essen bekommt für 59 Euro. Das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Ihr müsst es am besten vorher buchen. Online, das geht. Was ihr bedenken müsst, wenn die Rechnung nach dem Essen kommt, ist es sehr schön, weil es steht überall 0, 0, 0, weil es ist ja online vorher schon bezahlt. Aber man hat auf dem Bon keine Möglichkeit, ein Trinkgeld für den Kellner einzuzeichnen. So, das kann ein bisschen blöd sein, wenn man kein Geld dabei hat. Daran sollte man denken, wenn man Tipp geben will, ein bisschen Bargeld dabei haben. Ja, wir sind jetzt wieder auf unserer Kabine. Für uns ist der heutige Abend erledigt, weil wir sind voll randvoll. Und die gute Nachricht ist, der Sturm hat nachgelassen. Draußen ist die See wieder glatt. Wie ein Kinderpopo, hätte ich fast gesagt. Kein Wind mehr. Doch, ein bisschen Wind ist noch da. Aber kein Wellengang mehr. Das Schiff liegt wieder ruhig auf dem Wasser. Wir haben einige Leute unterwegs heute getroffen, die doch ein bisschen Probleme mit dem Seegang hatten. Und ich gebe auch zu, uns war auch nicht so wohl. Wir haben zwar das übergeben weggelassen, aber das Schiff hat heute doch wirklich ganz schön gepumpt, gewankt und, wie sagt man, gerollt. Das Schiff ist heute wirklich gerollt. Ja, ansonsten war es das für heute erstmal. Wir kommen ja morgen dann, morgen früh um neun, soweit ich weiß, in Akureyri an, unserem ersten Anlaufpunkt auf Island. Dort haben wir einen Ausflug gebucht, auf dem ihr uns natürlich wieder begleiten sollt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich grüße euch. Wir grüßen euch. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Der Morgen des vierten Tages begrüßt uns mit einem traumhaften Sonnenaufgang. Wir erreichen den Fjord Eyjafjordur und der Anblick ist einfach atemberaubend. Wieder einmal können wir uns nicht satt sehen. Gegen 8 Uhr machen wir in Akureyri fest. Nach Reykjavik, Kupafogur und Hafnafjordur ist Akureyri mit etwa 20.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Islands. Die ersten Siedler errichteten um das Jahr 1000 die ersten Bauernhöfe. Heute gibt es neben zahlreichen Industriebetrieben, hauptsächlich Woll- und Fischverarbeitende Industrie, auch eine große Brauerei. Ein schönes Detail in Akureyri sind die Verkehrsampeln, deren Rotlicht ein Herz zeigen. Diese Ampeln gibt es seit 2008, als nach dem Finanzcrash den Einwohnern einfach ein positives Zeichen gesetzt werden sollte. Das alles gut ausgehen würde. Vielleicht auch mal eine Idee für unsere Gefilde. Das alles gut ausgehen würde. Das alles gut ausgehen würde. Unseren ersten Fotostop machen wir am Mühwattensee. Dort gibt es die sogenannten Pseudovulkankrater zu sehen, die aber nicht durch Vulkanausbrüche selbst, sondern durch das schlagartige Abkühlen vom Aufeinandertreffen von Wasser und glühender Lava entstanden sind. Das Vulkansystem Krafla erstreckt sich hier etwa 40 Kilometer weit. Bis 1984 gab es hier immer wieder Vulkanausbrüche. Und weiter geht es in östliche Richtung zum Lavafeld Dimo Borgir. Hier kann man bizarr geformte Steinformationen bewundern, die vor etwa 2300 Jahren entstanden sind. Mit etwas Fantasie lassen sich in den Formationen Gesichter erkennen. Und so verwundert es nicht, dass Dimo Borgir in der isländischen Mythologie als Heimstätte von Elfen und Trollen gesehen wird. Musik 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 Nach dem leckeren Essen machen wir uns auf den Weg in das Geothermalgebiet Ferrarönd am Namafial, einem bis zu 480 Meter hohen Bergrücken. Hier erleben wir Vulkanismus hautnah. Knapp unterhalb der Erdoberfläche beträgt die Temperatur über 100 Grad Celsius und um uns herum dampft und brodelt es. Man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten. Alles leuchtet in orange- und braunen Tönen und es riecht nach Schwefel. Wir sehen die sogenannten Schlammtöpfe, die mit blaugrauem, zähem Schlamm gefüllt sind und unablässig vor sich hin blubbern. Aus verschiedenen hohen Steinhaufen entweicht heißer Wasserdampf, der Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid enthält. Die Temperaturen liegen hier zwischen 100 und 250 Grad Celsius. Es riecht nach faulen Eiern. Der Boden ist bedeckt mit Ablagerungen, die schon fast etwas Kunstvolles haben. Die ausgewiesenen Wege sollte man nicht verlassen, denn zum einen bekommt man das schweflige Gelb nicht mehr aus seiner Kleidung gewaschen, sollte man sich ein paar Flecken eingefangen haben, und zum anderen sind die hohen Dampf- und Wassertemperaturen natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Dieser Spot ist aber auf jeden Fall ein Pflichtbesuch. Hier taucht man ein in ein anderes Universum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow, das war ja mal höchst interessant. Die Landschaft ist spektakulär und hier bekommt man eine ganz andere Sicht auf unseren Planeten. Die Natur zeigt sich mal von einer ganz anderen Seite, wie wir es sonst so gewohnt sind. Wirklich beeindruckend. Für uns geht die Fahrt jetzt weiter zum Godafoss-Wasserfall. Island ist ja auch für seine gewaltigen Wasserfälle bekannt und der Godafoss gehört zu den schönsten seiner Art. An seiner höchsten Stelle ist er über 17 Meter hoch und die hufeisenförmigen Klippen, über die er in die Tiefe stürzt, erinnern ein ganz klein wenig an die Niagara-Fälle. Hier spürt man die Kraft der Natur. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.